So, ich wollte nochmal ein Video machen. Ich habe ja letztens vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen auf YouTube auf meinem Vlog-Kanal. Da stand ich und mein Bruder neben einem Jesuskreuz beim Wandern und wir haben uns halt ein bisschen drüber lustig gemacht. Und ja, war das jetzt cool? War das okay? Würde ich das wieder machen? Definitiv ja. Nee, aber was ich jetzt, das würde ich schon wieder machen, klar. Aber mir ist es egal, ob jemand Christ, Jude, Moslem, Buddhist oder sowas ist. Solange der Mensch cool ist, soll jeder glauben, was er will. Ich habe nur ein Problem mit der Kirche an sich, weil die meisten halt sehr, unter anderem sehr homophob sind. Und weil die halt viel mit Kindern anstellen. Und natürlich auch die Kirchensteuer und so ein Schwachsinn. Ja, genau. Wollte ich nochmal sagen. Aber mit den Leuten, die jetzt in die Kirche gehen, habe ich kein Problem. Definitiv nicht. Das ist völlig okay. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Und ja, ansonsten werde ich jetzt demnächst, denke ich mal, irgendwann demnächstes Wandervideo schneiden für meinen YouTube-Kanal. Das war schon eine krasse Wanderung, das war schon eine heftige Wanderung. Und dann hoffentlich schaffe ich es bald, das dann auf YouTube hochzuladen. Tschüss.